Herzlich Willkommen bei der Dobler Protect AG. Mein Name ist André Dobler und ich bin der Geschäftsführer hier. Seit dem Jahr 2005 sind wir in diesem schönen neuen Gebäude hier in Ipsach bei Biel. Wir sind spezialisiert auf den Bereich Arbeitsschutz. Unsere Hauptprodukte sind Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschen und die ganze Bekleidung. Unser Thema ist die Sicherheit von Kopf bis Fuss. In diesem Gebäude haben wir eine Lagerfläche von ca. 2000 Quadratmetern. In der Spedition arbeiten vier Mitarbeiter. Sie machen alles vom Wareneingang bis Ausgang. In der Regel haben unsere Kunden die Ware in 48 Stunden. Und die Päckchen schicken wir in der Regel mit der Post und die grossen Sachen per Camion. Im Verkaufsinnendienst arbeiten bei uns drei Mitarbeiterinnen. Sie erfassen auch Bestellungen und beraten unsere Kunden am Telefon freundlich und kompetent. Zusätzlich zum Verkaufsinnendienst haben wir vier Aussendienstmitarbeiter, die die ganze Schweiz abdecken und euch auch gerne persönlich vor Ort bedienen. Wir lassen euch herzlich ein, hier bei uns in Ipsach vorbei zu kommen. Und wir freuen uns auf euer Besuch. Copyright Untertitelung des ZDFужд.